Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video und zwar werden wir heute gemeinsam etwas ganz besonderes, nämlich den niegelnagelneuen Alipel Titan 2 auspacken, ein Unboxing auf das ich mich schon ganz besonders freue, denn kein Gerät habt ihr mir wahrscheinlich so häufig empfohlen wie dieses hier, beziehungsweise wie seinen Vorgänger. Unter all meinen Keystone- und auch SecUX-Reviews stand immer wieder, probier doch mal den Alipel Titan aus und vergleich die alle miteinander. Und nun haben wir hier endlich die Chance bekommen, ich bin schon mal absolut hyped, wir fangen heute erstmal ganz entspannt mit dem Unboxing und meinem ersten Eindruck an und in den nächsten Wochen kommt dann natürlich auch noch mein ausführliches Review. Bevor wir aber mit dem Auspacken loslegen können, erstmal noch der Hinweis, das Gerät hier wurde mir freundlicherweise von Alipel zugeschickt, muss ich hier natürlich sagen, bekomme aber ansonsten kein Geld dafür, das ist hier also alles meine persönliche Meinung. Wenn gleich ich aber sowieso hoffe, dass niemand auf die ganz weirde Idee kommt, nur wegen einem Unboxing irgendein Gerät zu kaufen. Also bevor ihr darüber nachdenkt, wartet auf jeden Fall erstmal mein ausführliches Review ab, ich würde aber sagen, genug der Laberei und wir legen direkt mal los. Ich habe hier schon mal das altbekannte Unboxing-Messer gezückt und würde sagen, wir fangen hier einfach mal an. Dieses Mal ist es wenigstens auch so, dass das Gerät hier noch nicht geöffnet ist, beziehungsweise die Verpackung. Immer unbedingt darauf achten, also solltet ihr euch irgendein Hardware-Wallet bestellen und dann kommt das geöffnet bei euch an, dann schickt das bitte unbedingt auf der Stelle zurück, denn dann könnte es einfach sein, dass irgendwer daran rumgefummelt hat und so auch eventuell zukünftig an eure Coins kommen kann. Hier ist aber mal alles vernünftig angekommen und deswegen legen wir einfach mal los, schneiden hier diese kleine Folie auf und ich bin echt schon sehr gespannt, was hier auch alles so mitgeliefert wird. Wir hatten da schon unterschiedlichste Dinge, teilweise einfach gar nichts, nicht mal eine Anleitung, teilweise waren auch noch irgendwelche schönen Verpackungen dabei, Ladekabel und so weiter und ja, das ist etwas Besonderes, manchmal gibt es nämlich auch kein Kabel oder noch klassischer, keine SD-Karte. So, die Folie ist also schon mal ab, wir sliden das Ganze hier auf und dann kommt uns auch tatsächlich schon direkt das Gerät entgegen. Hier nochmal extra in einer Folie verpackt, außenrum alles hier schön in diesem Schaumstoff oder wie man das nennt und hier gibt es sogar so einen kleinen Griff, womit wir dann das Gerät rausziehen können. Ich merke schon mal gleich, das ist unfassbar dünn, ich bin sehr überrascht. Wir legen es aber erstmal zur Seite und schauen mal, was denn hier sonst noch so drin ist. Oha, wir haben mindestens mal eine vernünftigere Anleitung und zwar nicht nur, oh Gott, da ist ja sogar noch mehr drin, uiuiui, das hatten wir hier selten. Wir haben sogar eine Schutzfolie mit dabei, auch das bisher noch bei keinem einzigen Hardware-Wallet gesehen und wir haben ja auch schon viele mit Touch-Display geöffnet. Dann hier natürlich die obligatorische Seed-Phrase-Aufschreibeseite, wie auch immer man das nennt und eine Anleitung, durch die man auch wirklich durchblättern kann. Und dann zum Schluss hier wahrscheinlich das Highlight, ich weiß noch überhaupt nicht, um was es sich hier handelt. Ich halte euch das mal in die Kamera, aber ich denke, das wird in irgendeiner Weise genau, hier zum Aufladen genutzt werden. Das ist hier richtig, so ein kleiner Socket. Wir können hier auch noch einen Ständer ausklappen und dann haben wir hier wie so ein kleines Ladedock und können dann hier oben unser Ladekabel anschließen. Und damit auch noch nicht genug, wir haben natürlich somit auch das Ladekabel dabei, sogar hier in so einer geflechteten Optik, dass es nicht so einfach kaputt gehen sollte. Ich bin auch hier mal wieder gespannt, ob wir das Kabel überhaupt verwenden müssen oder ob wir zum Beispiel auch bereits existierende Kabel nehmen müssen. Auch da gab es ja schon sehr, sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten oder sehr verschiedene Einschränkungen eher bei den ganzen Hardware-Wallets. Und ich sehe, wir haben sogar eine SD-Karte dabei. Es passiert noch Wunder. Es wäre noch krasser, wenn hier auch noch ein normaler SD-Adapter dabei gewesen wäre, weil ich habe hier zum Beispiel auch nur mein Mac Studio und da kann ich das hier auf jeden Fall nicht reinstecken. Trotzdem auch da schon mal ein riesiger Vorsprung im Vergleich zu den anderen Wallets, denn wir hatten ja schon, ich glaube, zwei Stück, wo wir eine SD-Karte brauchen, aber nie war eine dabei. Hier ist es nun aber so. Und damit sind wir aber auch erstmal durch mit dem ganzen Inhalt und können uns nun hier dem nagelneuen Wallet widmen. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, das ist echt unfassbar dünn. Ich kann ja einfach mal mein iPhone auspacken und daneben halten. Und wie ihr seht, das nimmt sich hier wirklich gar nicht mal viel. Das iPhone ist noch mal ein bisschen dünner. Es wäre aber auch fast traurig, wenn es nicht so wäre. Aber dieses Gerät ist auf jeden Fall bisher das dünnste Hardware-Wallet, was ich jemals in der Hand hatte, zumindest bei den Touch-Display-Wallets. Und trotzdem ist es wahrscheinlich für seine Größe eines der schwersten. Und zwar liegt das wahrscheinlich daran, dass dieses Gerät hier sehr, sehr, sehr wahrscheinlich komplett aus Metall ist, beziehungsweise das komplette Gehäuse ist aus Metall. Und das geht hier sogar noch mal ein bisschen über das Display hinaus. Wir haben hier an der Seite noch diese Rillen, auf der Rückseite auch noch eine Musterung, hier oben eine Kamera und unten dann keinen eigenen Ladestecker, sondern wohl wirklich nur die Möglichkeit, das Ganze hier in diesem Ladedock zu laden. Tatsächlich ist es nämlich auch so, dass wir nur hier oben auch eine SD-Karte reinstecken können. Also somit benötigen wir auch wieder das Ladedock, wenn wir hier das Gerät mit einer SD-Karte nutzen wollen, zum Beispiel für Updates und so weiter. Auf den ersten Blick muss ich aber schon mal ganz klar sagen, das hier ist mit Abstand das hochwertigste Hardware-Wallet, was ich bisher in der Hand hatte. Es ist komplett aus Metall, trotzdem noch so dünn, wirkt sogar so, als könnte es vielleicht sogar wasserdicht sein und in jedem Fall deutlich hochwertiger als alle anderen, die ich bisher ausprobiert habe. Selbst als das alte Keystone Pro und das fand ich ja auch schon deutlich hochwertiger als alle, die ich davor getestet hatte. Also absolute Spitzenklasse, zumindest wenn es um die Verarbeitung geht. Wie gesagt, zu der Performance, zu der Software und so weiter, kommen wir dann natürlich im ausführlichen Review. Ansonsten, auch designtechnisch, kann man sich hier nicht beschweren. Wir haben nur hier unten dieses kleine, auf der Kamera schon fast nicht erkennbare Logo. Wir haben das Gehäuse, was sich hier noch so ein bisschen reinkerbt. Wir haben außen die Ränder, hinten das Muster, die Kamera, die finde ich jetzt ein bisschen zu auffällig. Das Gold hätte hier nicht unbedingt sein müssen, ist jetzt aber auch nicht so, dass es mich wirklich krass stören würde. Also auf jeden Fall ein sehr hoher Wiedererkennungswert, eine krasse Verarbeitung und damit ein sehr, sehr, sehr guter erster Eindruck. Zumindest, wenn es halt um das Äußere geht. Das Einzige, was mich jetzt hier doch noch ein bisschen stören würde, ist das Ding, denn dass es das gibt, ist eine gute Sache. Aber so wie das jetzt hier aufgebaut ist, bedeutet das ja auch, dass man immer dieses Ding hier mitschleppen muss, wenn man unterwegs sein Gerät laden möchte. Also da weiß ich jetzt noch nicht genau, was ich davon halten soll, wenngleich ich aber natürlich auch noch nicht die Akkulaufzeit kenne. Vielleicht ist die ja auch total überragend und man kann gar nicht erst in eine unschöne Situation kommen. Keine Ahnung. Trotz alledem, der erste Eindruck ist schon mal gut. Wir haben auch noch die SD-Karte und die Schutzfolie dabei. Und nun werde ich das Gerät erst mal ausführlich testen, einrichten und so weiter. Und dann kommt wie immer mein ausführliches Review auf meinem Hauptkanal. Also falls du den noch nicht abonniert haben solltest, check den mal aus unten in der Videobeschreibung und lass dort unbedingt schon mal ein Abo da. Ich würde aber sagen, damit reicht es auch für heute. Wenn auch irgendwelche Fragen bestehen, denk gerne rein damit in die Kommentare. Außerdem kannst du auch hier natürlich gerne ein Like und ein Abo dalassen. und wir sehen uns dann wie immer wieder beim nächsten Video.